In diesem Video erfahren Sie mehr über die Möglichkeit der elektronischen Unterschrift im Vergleichsrechner für Pflege-Tagegeldversicherungen von Level 9 in Kooperation mit der Gota Krankenversicherung. Beginnen wir zunächst mit der Eingabe der Personendaten. Mit einem Klick auf Weiter habe ich die Möglichkeit den Versicherungsbeginn festzulegen und im nächsten Schritt die Höhe der zu berechnenden Pflege-Tagegelder einzugeben. Sie haben hier die Möglichkeit für jede Pflegestufe individuell den Betrag vorzugeben. So, nachdem ich die Änderungen vorgenommen habe, klicke ich auf Fertig und Level 9 startet nun die Berechnung. Nach einigen Sekunden werden die Tarife auf der rechten Seite angezeigt. Um einen elektronischen Antrag zu stellen, wähle ich zunächst den gewünschten Versicherer und die Tarifkombination aus. Anschließend klicke ich unten links auf Dokumente. Im mittleren Bereich erkennt man nun, welche Dokumenttypen vorhanden sind. Zum einen habe ich die Möglichkeit, Tarifbedingungen einzusehen oder auch direkt auf meinen Computer herunterzuladen. Ich habe auch die Möglichkeit, die allgemeinen Versicherungsbedingungen einzusehen oder auch diese auf meinem Computer zu speichern. Im nächsten Schritt öffne ich das Antragsformular. Nun sieht man das Originalformular der Gota Krankenversicherung. Man erkennt im unteren Bereich, dass zum Beispiel die Tarifbezeichnungen und auch die Monatsbeiträge bereits enthalten sind. Nun muss ich noch die fehlenden Daten ergänzen. Wichtig, bitte vergessen Sie nicht, die Gesundheitsfragen zu beantworten, auch wenn eine Plausibilitätsprüfung vorgenommen wird. Nun bin ich aber noch nicht ganz fertig. Ich muss noch im unteren Bereich die SEPA-Lastschriftmandat-Daten ergänzen. Ich muss nun noch die Adresse des Kontoinhabers vervollständigen. Im letzten Schritt fehlen nun noch die Unterschriften. Dazu klicke ich unten auf den Button Unterzeichnen. Level 9 prüft nun, ob die Antragsangaben vollständig sind. Fehlen Angaben werden diese entsprechend gekennzeichnet. In diesem Fall wurde der Antrag vollständig erfasst. Es ist keine Nachbearbeitung erforderlich. Für die Unterzeichnung wird nun ein touchfähiges Endgerät benötigt. Dies kann zum Beispiel ein Smartphone, ein iPad oder ein anderes Tablet sein. Auch Laptops mit Touch-Display sind hierfür geeignet. Für die Erfassung der Unterschrift haben Sie mehrere Optionen. Haben Sie auf Ihrem Smartphone einen QR-Code-Reader installiert, können Sie diese ganz einfach starten und rufen automatisch damit den Link zur Unterschrift auf. Alternativ können Sie sich den Link zur Erfassung der Unterschrift per SMS oder per E-Mail senden lassen. Darüber hinaus haben Sie auch die Möglichkeit, direkt auf einem touchfähigen Endgerät lokal zu unterschreiben. Beginnen Sie nun mit der Unterzeichnung. Es werden nun nacheinander die erforderlichen Unterschriften angefordert. Sind alle Unterschriften vollständig erfasst, klicken Sie oben links auf den grünen Haken. Der Antrag ist nun vollständig und kann versandt werden. Sie gelangen nun zum Pflegerechner zurück. Level9 hat erkannt, dass alle Unterschriften geleistet wurden und bietet Ihnen nun die Möglichkeit der elektronischen Übermittlung an die GOTA-Versicherung an. Klicken Sie dazu einfach auf den Button Übermitteln. Parallel haben Sie auch die Möglichkeit, das unterschriebene Dokument herunterzuladen oder sich es alternativ per E-Mail zu senden. Ein bereits elektronisch übermittelter Antrag muss nicht noch einmal an den Versicherer versandt werden. Wir hoffen, dass wir Ihnen vermitteln konnten, wie einfach die elektronische Erfassung eines Antrages inklusive der E-Signatur ist. Die GOTA-Krankenversicherung und Level9 wünschen Ihnen viel Erfolg im Vertrieb der Pflegetagegeldprodukte. Haben Sie noch Fragen, wenden Sie sich an Ihren zuständigen Maklerbetreuer oder an das Team von Level9. Weitere Kontaktdaten finden Sie auf www.level9.de www.level9.de